Hast du die 100.000 Euro dabei? Noch nicht. Die müssen jeden Moment da sein. Das will ich auch hoffen. Seht ihr das? Es gibt hier zwei Möglichkeiten, wie wir uns einig würden. Entweder ihr lasst uns gehen und zieht eure Freunde da draußen zurück. Ich lasse dieses Kleine dabei drauf. Wie ist es euch lieber? Er hat mir das Messer nur immer stärker an den Hals gedrückt und ganz schwer geatmet. Mein Sohn hatte einen Flüssbären dabei. Da schiebt das Blitz. Wımer es!